Hallo ihr Lieben, hallo liebe Ming. Ich begrüße euch und freue mich sehr, dass ich heute als eine der ersten Mings Buch in den Händen halten kann. Es ist ein wunderbares, zu Herzen gehendes, berührendes Buch. Ich kann es euch nur empfehlen. Es ist so, so schön, es zu lesen, es wirken zu lassen. Mings Geschichte, von ihrer Kindheit angefangen, bis zu dieser wunderbaren Frau, die sie heute ist. Ihr Weg zur Heilerin und all die Klienten, die sie begleitet hat. So viele Menschen kommen zu Wort und so viele Geschichten, magische Geschichten sind zu lesen, die euch bereichern. Und wo ihr euch vielleicht hier oder da auch wiederfinden könnt. Es ist wirklich ein ganz besonderes Buch. Auch ich freue mich, in diesem Buch dabei zu sein, mit meiner Leserstimme. Auch mich könnt ihr dort finden. Und ich bedanke mich an dieser Stelle, dass ich auch in diesem wunderbaren Werk mitzusehen und meine Worte zu lesen bin. Herzlichen Dank dafür. Und ich freue mich, wenn ihr euch für dieses Buch entscheidet. Meine Reise zur Selbstfindung. Frieden, Freude, Freiheit, Fülle, Führung als Wegweiser. Alles Liebe für euch.